Lara Dendeleien Seibert kehrt in die Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, zurück. Die Sensation ist perfekt. Ab dem 9. April sehen wir Schauspielerin Lara Dendeleien Seibert wieder in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, obwohl ihre Rolle Zoe Vogt im vergangenen Jahr den Serientod starb. Wir erinnern uns, in einem verzweifelten Versuch, sich vor der Polizei zu retten, nahm Zoe Yvonne Gieser-Zach im Jeremias-Krankenhaus als Geisel. Gemeinsam verließen sie die Klinik, um in einen Hubschrauber zu steigen, der die Auftragskillerin weit wegbringen sollte, bis Zoe von einer tödlichen Kugel des SEK getroffen wurde. Oder doch nicht? GZSZ Lara Dendeleien Seibert ließ sich so's Comeback stets offen. Ich finde total stark, dass Zoe als Charakter nicht einknickt und bis zum bitteren Ende kämpft, erklärte Seibert damals. Zoe verabschiedet sich selbstverständlich mit einem riesigen Knall. Oder wird sie doch insgeheim überleben und eines Tages wieder auftauchen? Zweiteres scheint der Fall zu sein. Bereits seit zwei Monaten dreht Seibert wieder für GZSZ und ist sehr gespannt auf die Zuschauerreaktionen, wenn ihre Figur plötzlich wieder auftaucht. Für ihr Comeback verspricht sie jede Menge Spannung sowie neue Entwicklungen, mit denen niemand jemals rechnen würde. Könnte sich Zoe wieder an John, Felix von Yasharov, ranmachen. Schließlich geht Laura, Krisanti Kawasi, bald in die USA. GZSZ Warum ist Zoe nicht tot? Zoe hat einiges erlebt. Angefangen damit, Laura Lehmann ausfindig zu machen, die bei einem Flugzeugabsturz verschwunden war. Als Laura plötzlich wieder auftauchte, wurde Zoe entlarvt und landete im Gefängnis. Sie entkam und wurde von einem Scharfschützen vermeintlich getötet, fasst Seibert den Werdegang ihrer Rolle zusammen. Wie sie überlebt hat und warum sie zurückkehrt, wird jetzt in der Serie zu sehen sein. GZSZ Yvonne zweifelt an ihrem Verstand, Spoiler, fest steht, dass Zoe nicht mehr die Alte zu sein scheint. Denn als Yvonne ihrer Widersacherin an deiner Ertankstelle gegenübersteht, wirkt die Totgeglaubte eingeschüchtert. Und tadellose Papiere hat sie auch noch. Yvonne zweifelt an ihrem Verstand. Widersacherin